Urdhva Padahasta Parishvaparipurna Vajrasana ist eine Seitbeuge aus dem vollständigen Diamanten. Nimm die vollständige Diamantenstellung ein, falte die Hände über dem Kopf und beuge dich erst zur einen Seite und dann zur anderen. So hast du eine schöne Seitbeuge zwischendurch, gut zum Entspannen des Rückens und zur Dehnung der Rippen und damit zum freieren Atmen.